Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankündigung. Am Morgenabend verschlägt es uns ins kalte Sibirien, und zwar in Expedition Zero, einem Survival Horror Mix, der nächste Woche auf Steam rauskommt. Da gibt es aber aktuell schon eine Demo-Version, die man ausprobieren kann. Und genau das habe ich dann letztendlich auch morgenabend vor. Einfach, dass wir da mal gemeinsam einen Blick reinwerfen in Expedition Zero, ob das Ganze was taugt oder ob das Ganze eben nichts taugt. Das wird sich dann morgenabend ab 20 Uhr auf Twitch zeigen. Und ich freue mich schon drauf, ihr hoffentlich auch. Wünsche euch jetzt an der Stelle noch, wie immer, einen schönen Freitag. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgenabend im Livestream auf Twitch. Macht's gut, bis dahin. Servus.